Zufrieden mit dem 1-1 oder eher enttäuschend? Ich bin nicht enttäuscht, aber ich bin auch nicht zufrieden. Wir waren näher dran am Sieg als der ASV Durloch. Wir haben die deutlich besseren Chancen gehabt. Wir haben Riesenchancen liegen lassen und ich glaube, wir waren spielerisch und kämpferisch die bessere Mannschaft und haben einfach die klaren Chancen. Und dann muss man sagen, ist 1-1 hier zu wenig, zumal der ASV Durloch maximal, ich glaube, das war nicht mal eine richtige Chance. Nur lange Bälle gespielt und naja, so ist es.